Ja, es ist soweit. Hier eine ganz kleine, schnelle Anleitung. Erst die Kanten hochklappen, nach oben drauf und dann von vorne nach hinten mit einer kleinen Latte nach hinten rollen. Ja, und dann das Ganze nach hinten weg und dann nehmen die Holzträger runter. Ja, und dann ist es soweit. Endlich haben wir das Wohnmobil abgedeckt und seit März dürfen wir wieder fahren. Die Konstruktionslampen weg, noch einmal mit der Drohne drüber weggeflogen. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Bis Ende. Osterhende. Tschüss. Osterhende.